Ich habe einfach nach jemanden gesucht, der mir hilft und lange recherchiert. Im Internet habe ich dann Dentafime gefunden. Ich wollte mal wieder lachen, essen und leben können. Dentafime hat mir eigentlich das Leben zurückgegeben. Ich habe Menschen erfahren, ganz wichtig, keine Maschinen. Ja, und die Freundlichkeit, das Miteinander, man kümmert sich um einen. Man gibt das Gefühl, dass man etwas wert ist als Mensch. Ich habe sehr viele Zahnätze schon kennengelernt in meinem Alter, aber das, was ich hier erlebt habe, ist einmalig. Dentafime ist alles zusammen, ist Urlaub, ist eine superschöne Erfahrung und Hilfe, die man bekommt. Also sehr viele Sachen auf einmal. Das ist eine superschöne Erfahrung.